Sind Sie mit den heutigen Resulten von Maciek und Janek und den anderen Jumpers überrascht? Ja, ja und nein. Das Training war okay hier, es war nichts spezielles. Also die Team-Kompetition gestern war gut, aber nichts spezielles. Aber heute war diese Jumpe von Maciek etwas spezielles Jumpe. Und jetzt ist er auch bereit, seine Jumpe zu erhöhen. Das war schön, was zu sehen. Also Maciek's Jumpe waren heute näher zu perfektion. Ja, ja, viel näher. Was sind die Pläne für unsere Team in Zukunft? Ja, die Pläne sind, dass wir jetzt in Hinterzarten gehen, mit dem gleichen Team, wie es in Kurzweil war. Weil wir auf die Quartier zu denken. Ich sprach mit Jan Schöbro und er war sehr gut heute. Aber der Plan für Jan ist ein bisschen anders. Es ist eher individuell. Ich möchte ihn so vorbereiten, dass er sehr gut in der Winter ist. Das ist warum er nicht nach Hinterzarten und Einsiedeln kommt. Und ich werde jetzt mit dieser Gruppe weitergehen. Und dann sehen wir später. Also haben Sie entschieden, wer genau zu gehen? Ja. Kamil Stoch, Maciek, Kot, David Kupacki, Wolne, Chiller, Moranka. Ja, Moranka. Ja, Moranka. Ja. 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 Ja.